Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Wraps Play und ich mache ein Random Spiel, diesmal alleine. Minions are spawning. So, auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Ähm, ich nehme erstmal den, oh, den Port mit, warum, hä? Warum hört ihr jetzt auf zu rennen? Guckt euch mal diesen Meister Krux an. Crazy Shit, oder? Geil, wie macht ihr das? Wie macht man das? Will das auch können? Cool. Ähm, ich gehe, glaube ich, jetzt gehen die beiden nach links. Ich denke mal, Krux wird in den Jungle gehen. Ich gehe einfach mal in die Mitte, weil ich gut die Lane halten kann als Magier. Ich muss vielleicht mal ein anderes Mauspad kaufen oder sowas. Das ist echt nervig hier. Äh, 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 wo bin ich? So, oh, da geht's schon ab zwei in der Mitte. Es ist ein Chimera und ein Grimm. Okay, 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 okay. Die clearen direkt die Lane hier. Ah, den kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht. Pade. Oh Mann. Yeah. Erster Last Hit. Geil. So, was geht bei denen da? Ach, das war ja wohl ein Last Hit von mir. Das war ja wohl auch ein Last Hit von mir. So, die Punkte darf man hier nicht liegen lassen. Hi, Dudes. Au. Zum Glück macht der keinen Schaden, der Ball. So, stellen wir mal da ein Wort hin. Steal ist auf dem Weg. Was auch immer er hier will. Nein. Yeah, Last Hit gemacht. Und drauf hier. Bum, 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 bum. Meiner. Oh, jetzt ist er da komplett runtergefallen. Alter, scheiße. Oh, kein Last Hit bekommen. Auch kein Last Hit. Das gibt's doch gar nicht. So, Grimm hat ein bisschen Schiss. Ist schon Level 3. Ich bin aber auch Level 3. Okay. Bum, 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 bum. Da regnet es. Kein Last Hit bekommen. Das ist echt schwer. Was macht denn der Penner da? Hä, wo kann ich denn hier hinziehen? Hier in den scheiß Wald geht. Röder Sack, renn da einfach in den Wald. Aber egal. Jetzt kriegt er die EP nicht. Da hinten läuft er wieder. Ich krieg ihn nicht. Oh, oh. Nein, nein, nein. Ich hab mir schon wieder in den Last Hit, das blöde Vieh. Jetzt hat er sich weggeportet. Ihr habt's gesehen. Okay. So, jetzt muss ich den Free Farm nutzen. So, ich hake noch mal hier so ein Ding rein. Oh, da kommt der Depp. Er soll weggehen. Er sammelt sich alle Punkte ein. Hm. Grimm ist wieder da. Au. Ah, verbrauch du nur dein Mana, du Penner. Und, kommt der raus? Stirb! Jawoll! Ich hab ihn. So sieht's nämlich aus. Komm, Decker, geh zurück, bevor der Verrückte aus dem Dschungel kommt. So. Oh, shit. Ich sag's noch. Der Verrückte, der aus dem Dschungel kommt. Ah, Decker. Fuck. Ich brauch Mana. Jetzt ist er weg. Ich hab Mana gebraucht. Komm, ich geh, ich geh weg. Aber wir können hier ein bisschen, ein bisschen angreifen. Da kommt der Depp. Fuck, er erwischt mich. Und tschüss. Und tschüss. Er geht aus dem Dschungel. Okay, jetzt muss ich aber zurück. Halleluja. Das war knapp. Boah, hätte ich gerade eben Mana gehabt, hätte ich den noch holen können. Ey, so ein Mist. Ich bräuchte mal ein bisschen Mana hier. Äh, soll man das hier mitnehmen? Oder Mana-Rack? Hm. Dann, glaub ich, erst mal das hier mit. So ein kleines bisschen Mana für am Anfang ist ziemlich gut. Dann geht mir das nicht so schnell aus. Und ich kann ein bisschen länger auf der Lane bleiben. So. Geh wieder auf die mittlere Lane. Warum geht der Grux eigentlich nicht in den Jungle? Er hat doch schon zwölf Punkte. Ist schon mal gut. Schon mal drei mehr als ich. So. Ich komm jetzt hier wieder verteidigen. Okay. Wim kommt da oben hin. So. Mal ein bisschen was kaputt machen hier. Und du wirst kaputt gemacht mit Muskelkraft. Ah, der Turm klaut mir halt alle Last Hits, ne? Okay, bis auf einen. Wim rennt da voll rein. Das war sein Fehler. Schön gemacht. Komm hinterher. Dann haben wir hier ein Ward auf. Oh, nice. Gut gemacht, Leute. Ich geh wieder zurück auf die Lane. Zwei Sists. So. Pushen, pushen, pushen. Auf den Weg. Ach, er geht nach links. So. Feist Grim da vorne. Yeah. Ich geh mal auf den Anderen rein. Bin halt weit vorne, ne? Aber ich hab ja den Escape. Oh, Mann. Oh, nur ein Last Hits von der Attacke rausbekommen. Hörb, du Penner. Was denn mit ihm? Okay. Ab auf die rechte Lane. Linke Lane. Da oben ist Sparrow. Geil, ich riskiere es nicht. Der hat mich gesehen. Ford ist ready wieder. Oh, Mann. Komm, Decker, hinterher. Nein, ab. Der kann nicht da durchlaufen. Ist der blöd? Und Decker kriegt schon wieder den Kill. So, ich muss zurück. Ich hab gar nichts mehr. Nice. Aber egal. Immerhin den Assist gemacht. Wie viele Kills hat Decker? Jetzt 3-0. Ey, krass. Mit Decker. Okay, wunderbar. Nochmal ein bisschen Damage. So, als nächstes nehmen wir uns Mana-Rack mit. Damit wir immer die Lanes schön halten können. Apropos Lanes halten. Ich werde jetzt auf die linke Lane müssen. Weil da wird heftig angegriffen. Komm, kriegt Sparrow. Schön. 8 zu 1. Ich hab die Ulti gleich auch ready, wenn ich da bin. Und die pushen aber nicht hier. So, heftig da reinknallen. Oh, der kann hooken. Muss man aufpassen. Okay, watch date. So, greift hier alles. Wunderbar. So, die gehen beide back. Hier war doch irgendwo der Ward. Jawoll. Nix da. Lass mich doch nicht hooken von dir. Yeah. So muss das sein. So gibt's Last Hits. Da kommt Twin. Kriegen sie gleich ein. Stell den neuen Ward auf. Immer schön ein bisschen regnen lassen. Er will mich hooken. Ich glaub, wenn er mich mit dem Hook trifft, bin ich tot. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Mach mal einen Mana-Trank rein. Ulti auf Level 2. It's a beautiful thing. So, regnen. Es regnet. Es regnet. Er will hooken wieder. Er will hooken wieder. Geht zurück. Ich mach mal hier den Ward kaputt. Oh. Oh, ihn hat's erwischt. Der Kerr wirft ein Bällchen rein. Schön. Komm, hier kommen wir doch nicht weiter, Leute. Hinter zwei verteidigen. Jo. Können die Last Hits machen. Sehr geil. Den kommt auch keiner zur Hilfe. Ist auch geil, ey. Danke für den Hook. So, immer schön auf den Tower-Bomben. Oh, er hat ihn erwischt. Ja, er hängt drin. Er hängt drin. Komm, rein hier. Jetzt kriegen wir den Tower. So. So ein Idiot! Danke! Habt ihr das gesehen? Das war ja wohl mal geil. Ich wusste, dass der da irgendwo steht. Komm, ich hab noch ein bisschen Mana. Immer feste drauf hier. Okay, ich geh rechte Strecke verteidigen. Wollte, ich porte mal back. Ich muss mal backporten. Bringt ja hier nix. Ich hab neun Kartenpunkte übrig. Die geb ich erstmal aus. Weil, wenn ich die nicht ausgebe, wär's so, als hätt ich sie noch gar nicht. So. Mach erstmal ein bisschen Mana-Rack. Mana-Rack und Damage. Als nächstes nehme ich ein kleines Item mit Leben. Damit ich halt länger in der Ulti aushalte. Ist eigentlich immer ziemlich nice. Wenn man mit Gideon einfach in der Ulti so ein bisschen hochfliegt. Und halt ein bisschen was aushält, ne. Ist schon ziemlich cool. Okay. Danach werde ich aber auch wieder auf Damage gehen. Okay, ich wechsle mich so ein bisschen ab mit den Items. Also, ich wollte ihn wooten. Einfach mal hier ein Board reingesippt. Warum kommt der denn mit der Ulti da rausgerannt? Ist der doof? Riktor da unten? Komm, dann schnappen wir uns. Wie er ihn einfach in das Ding da reinzieht, ey. Hammer. Ich habe ihn noch gelastetet. Hinten ist Sparrow. Weiß ich, ob ich zu... Oh, guck mal hier. Den gönne ich mir doch. Nimmt sich mal einer. Kommt hin. Der Turm wird fallen. Sparrow ist hinter den Tower gelaufen. Okay. Oh, guck mal, wie viele Punkte da liegen. Die darf man natürlich nicht liegen lassen. Das kommt vielleicht einem blöd vor, hier die ganzen Punkte einzusammeln. Aber guck mal, wie viele das jetzt sind. 260. Schon auf jeden Fall eine nice Sache. Nice. Okay, so, jetzt können wir die Gegner auch slowen. Warum legt der da ein Wart hin? Ein Totem sogar. Komm, wir gehen zurück. Wir sind in der Unterzahl. Links im Jungle war auch Grimm. Oh, Mann. Aber egal. Ich bin hier. Das ist gut. Kommen jetzt alle da aus dem Jungle, wahrscheinlich. Komm, Decker. Go, 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 go. Go, 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 go. Haha, er ist langsam. Er ist einfach nur langsam. Komm, dein Auto hätten wir tot. Die kriegt schon wieder den Kill. Das ist unglaublich. Oh, da geht was ab. Sparrow down. Dings ist auch down. Komm schon. Nice. Jetzt pushen wir durch. Angriff rechte Strecke. Schön. Minions sind unterwegs. Und gewonnen. Nice, Pemarillos. Nice. Easy going, würde ich sagen. Wer pingt denn da noch? So, 4-0-4. Guck mal, gar nicht gestorben. So, auf jeden Fall nice. Viel gepusht. Gut, Pemarillos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Was hat der hier? Platzierend. Achso. Totem. Tagspeed. Sammlerschlüssel. Alles dabei, der Kerl. Alles dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Denkt bitte an den Daumen nach oben. Und ansonsten, stay Pem. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnierenfenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Treti, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drück in Dämmern Highscore, kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...